Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schauen Sie sich die Szene nochmals an. An dieser Stelle lauert die Gefahr. Der Lastwagen blinkt und biegt rechts ab. Im toten Winkel des Lastwagens kann der Fahrer sie übersehen. So umgehen sie die Gefahr. Hier hätten sie eigentlich Vortritt. Halten sie dennoch Abstand zum Lastwagen und warten sie, bis er abgebogen ist. Die Stadt Zürich wünscht sichere Fahrt. Vortritt bei Nacht. Vielen Dank.